hallo und willkommen hier wieder mal zu einem kleinen battle wettbewerb ich gegen christina und wir spielen wie ihr uns erkennen können blobby molly jetzt geht es schon los also los zum spiel doch so dreimal den ball berühren ich habe einen punkt und habe angabe ich habe das noch nie gespielt da ist damit jetzt nicht gerechnet das war wahrscheinlich verwirrung dass du die ganze zeit nur so schlecht gespielt hast ich muss mir mal gegner suchen keine opfer was geht nach 8 zu zweit ja du musst aber in die andere mit anlaufen ich wollte mal sagen jetzt findest du langsam ins spiel aber das war aber nichts schön wie du immer genau drunter vorbeifliegst hallo habt ihr das gehört ey das kann man nicht rein ich hoffe es kommen keine kleinen kinder zu so nach einem punkt dann habe ich gewonnen 15 punkte muss man reichen auch böse so try again jetzt mache ich dich fertig ja ich sehe es ich bin dabei war das gesehen ich hätte ihn ja fast rausgekriegt das war wahrscheinlich alles alles nur täuschen hier und mich gewinne und das muss schneller sein man das hat zu viel gegessen muss ja nicht immer springen du kannst auf dem boden stehen bleiben und dann den ball erstmal abhören ja siehst du knasser tja oh oh na da kommt ach ich mach dich sowas und fertig ey tja ups ups oh hast du es gesehen ey nicht so hallo hallo klopper oh bamm huu hallo angetäuscht ha 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 hups hallo schieß schieß komm ja rote doch mal die zeit ab schieß 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 10 zu 2. Sehr gut. Hast du die Schmetterung, glaube ich, gesehen? Schön mit Anlauf. PAM! Oh! Hallo? Oh. Ja. Oh. Ja. Das war sehr gut. Ja. Find ich auch. Das war super. Da dachte ich, ich suche mal ein einfaches Spiel aus, was du... Ja, ich dachte auch, es wäre einfach. Obwohl, ich kann mich eigentlich nicht so drüber freuen, weil es ja einfach nur eine Demontage von dir ist. So, nochmal drei Runden hier. Wir haben ja gerade erst mal vier Minuten oder sowas. Ja, drei Minuten. Drei Minuten? Ne, vier Minuten, doch. Ach, du bist so schlecht, ey. Du bist so schlecht. Hier guck ich so, was du jetzt machen hier. Hä? Und dann gegenwürden und dann rüberhauen. Und dann, ha, siehst du, hast einen Punkt. Ey, das ist so unfair. Ja, siehst du? Wer weiß, wie oft du gezockt hast. Gar nicht. Ich hab das vor... Ich hab das vor uns zum Testen einmal gespielt. Ein einziges Mal. Ey, das mit den Angaben klappt super. Pass auf. Ja, das geht immer wieder klappt. Hallo. Du, ich hasst dich, ey. 7 zu 0. Mal gucken, ob ich hier... 15 zu 0. Nein. Jawohl, wieder mit der Angabe. Und jetzt nochmal die Angabe. Oh. Oh, das war knapp. Oh, 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 oh nein, oh. Scheiße. Ah, 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 ah. Darf ich kriegen... Die macht es mit mir. Ja. Ich seh es. Was denn hier oder was? Ey, die macht es nicht schon... Du hast dich schon 25ний Mal verrüber gemacht? Das gibt's doch gar nicht. Ey, eigentlich ist es ein Abpfiff. Yay! Das kann aber nicht sein. Äh... Ey, das kann nicht sein. Aber ich habe ja den Punkt trotzdem gekriegt. Irgendwie. Ja, weil ich... In dem Fall irgendwie darfst du den auch. Ich darf nur dreimal berühren und die da 25 mal draufklappen. Hier, schau dir mal da! Weiter. Das bringt überhaupt nichts. Das stört nur die Zuschauer, weil du die Tassen draufklopst. Achso. Haha. Tut mir leid, liebe Zuschauer. Nein, tut's mir nicht. Aber egal. Schön, wie du immer genau unten drunter springst. Ja, und der Ball, du siehst hier oben den Strich, wenn der weg ist. Achso. Achso. Ja, siehst du? Ne, da komme ich erst recht nicht klauen. 3 zu 0 für mich. Achso, wir hätten vielleicht sagen können, Christina ist blau, ich bin rot. Aber das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. So, nochmal? Ja. Wir sind ja erst bei 6 Minuten. Hey, eins können wir noch jetzt hierher. Jetzt mach ich mal ein paar Kunstschüsse. Ich versuch's jetzt. Huah! Ich verwirrde dich mit meinem Rumgehobse hier einfach. Haha, er ist so fies. Oh. Scheiße. Hm. Komm, schieß doch. Schieß doch. Schieß doch. So du. Komm, steh am Netz. Pam. Das klappt immer wieder. Oh. So war das nicht geplant. Oh. So war das nicht geplant. Oh. So war das nicht geplant. Oh. Ich wollte mal ein bisschen schmettern, aber. Ja. Hey. Ich geh kaputt hier. Mann, was ist das? Wollte mich rollen. Das ist einfach Skill von mir. Yay. Yay. Da hast du den Ball rübergekriegt. Und zack. Wieder ein Punkt bei mir. Oh. Du kriegst eigentlich noch die Punkte wegen mir. Ganz schwer. Blöde. Ha. Siehst du? Den hab ich mir hart gekämpft. Ja. Den hab ich mir auch hart gekämpft. Voll. Das ist so cool. Yay. Nein. Oh Mann ey. Ja. Angeprägt. Ja. Das ist so cool. Ha. Ey. Sau du. Sau. Faul. Faul. Rote Karte. Mein Blobby-Walli ist sowieso schon rot. Der braucht keine Karte mehr. Yay. 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 Nein. Wärst du nicht gesprungen, hättest du ihn rausgekriegt vielleicht. Äh. Nicht so. 4 zu 0. Ich glaube das reicht erstmal. Wir schicken Christina jetzt ins Blobby-Walli-Bootcamp. Damit ich mal ein bisschen trainieren kann. Ja. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Ich hau Christina so auf die Fresse in einem Spiel, dass sie anfängt mit heulen. Bis später. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. whoever ist es hin. Vielen Dank.